Mars? Ja. Man war halt überlegen, wenn wir die Story weiterspielen wollen, ob man nicht gedacht hat, das Upgrade... Ah, das Ding kaufen wir weiter. Stil sind, ne? Ja. Okay, ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale haben in ihrer Kürzbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. In dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Aber bevor wir das machen, dann müssen wir uns mal auf 30 kriegen. 30? Ja. Ohne die LZ? 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 Ja... jetzt schauen wir mal.. Wir spielen jetzt sowieso, sodann wir es sicher schon induct. Jos die LZ3ce kriegen wir Entscheidungen... So ist es. Ich videos den ». Ich meinst der sache. Boah.. Space those. Woaa, der geht schon anders ab.. Wah geil struggled die Maus wieder aus, der rote Planeten.. Das hat genau das gleiche Tempo. Der rote Brenet ist geil gemacht. Ui, der geht ab. Das ist wirklich geil. Ich probiere auf den Kammerbifahren. Ah, er geht ab. Okay, nicht so gut wie ich gemeint habe. Jetzt kann ich mich da nicht drüber oder was? Fuck dich, ey. Gelber Bucht. Geil. Müssen wir schaffen, hallo. Ja, absolut, aber kein Hone-Clack. So, wir haben ja schon ausgerettet. Ja, da waren nur 30 Goblins mit Level 15. Ja, da waren nur 30 Goblins mit Level 15. Ja, da bin ich nicht. Immer in Bewegung bleiben, das ist so wichtig. Ich war meas. Alle keine Hone haben. Ich muss es nicht gisоворnen. Ich sagte ihr,geregtes müde GRILL sang ihn aus. Da war die Kür苦at? Du murst durst. Ja, ist gut. Hat sich jetzt schon auf mich konzentriert. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe alle da versuchten. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich weiß es nicht unscheinend nicht unscheinend nicht vielleicht müssen wir einfach gleich da durch und nachher aber da recht straff Prozent von Jörg er sagt der Fall ist wohl bis vor ich muss die Säule finden gehen wir weiter erinnern aber der Geistungsgruppe zu schicken Oh, ja, nur ein Album. Ja, Baby. So fein hier vorne. So fein zu zweit. Voll. Oben. Hoher Gelber. Achtung. Ja. Ich hau den mal kurz den Super ein. Ja, und ihr? Keiner. Was? Boah. Ist nicht mehr viel übrig von den Gruppen da. Und die Granatele kriegt ja einer. Jawohl. Achtung hinter uns, links hinter uns. Boah. 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 so stark, dann achten wir komplett für den Arsch das ist ein guter Team ja volle geil gibt's gar nichts was kurz switch laden weil es unser Loading Video wie immer hat hinter uns hinter uns ich komm trotzdem ja ich hab dir wohl das war grüne gleich ja ich bin nicht erwachsen Oha, was kommt jetzt? Was hast du nie noch gemacht? Ja, mit Maschine. Ja, geil. Ja, Maschine. Es wächst. Ich werde respawnen jetzt wieder. Wir brauchen nicht reingehen. Okay, aber auf dem schon. Okay, klar. Weiter, weiter, weiter. Wir sind immer noch nicht im Garten. Was? Hast du die Story durchgespielt damals? Also, Story nicht los. Ja, ich glaube da war noch, aber... Von dort können wir die Säule sicher lokalisieren. Nein, 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 nein! Schaut, dass er wegkriegt Jawohl Achtung, den ist gleich auch noch umdecken Aber den haben wir gleich Achtung am Dach oben Ja, oben, oben Der Hund hat mir ein Schild auf mich, das gibt es gar nicht Ich bin ja, was ist denn da? Ich muss mal die schwere Waffen wechseln Ich möchte die gerne auf Ding haben Auf Maschinen gewahr Ja, jawohl Der hat noch ein gelber 16 nachher runter Selbst der Zensurriote ist zu schön überhaupt nicht Ja, weil er ein Schild hat Schauen wir mal, was können Maschinenklasse Weg oder? Nein, der ist schon noch da Ui, der sei Ui, ui Ui Passte Ja, supi Ja, supi Ja, im Zenturo mit Nachkampf ist auch frei Warte mal, ich habe Rüstung gekriegt Und zwar mit 24, äh, stärken Disziplin, stärken tun wir weg Passt Passt Ja, versuchen wir es bei den Turmen bei den sofern Ja, weh Ich bin ja nach vorne Ja, ich bin ja da, ich bin ja oder? Sie kommen ja da hin und Kontrolleur die Tür das ist ein Messer so kreis wo es war wir müssen er um mich eingehen sind er wieder meint oder nicht für Gegner hat keinen Sinn Hahahaha Warum? Sprachstürmer? Nein, warum? wo die schwache munition Ja. Da aus im ersten Mal locken Anscheinend, ja Warte mal, da wird irgendwas angesagt Da Da Was ist denn das? Boah Boah Wo haben wir jetzt so viele gewohnt? Achso Ist das ein Ding, ein Event oder wie? Nein Das heißt du, wo bist du jetzt rein? Ja, das ist mir angezogen worden Ich bin da Die Frakettenwerfer-Fahrzeug Leck mich fett, he Ja Ja Alter ist es geil Da wird wieder rein weg Du schaust richtig um Der Sterber aus Naja, bin ich aber leider nicht Aber du schaust Aber du schaust Irgendwärter aus Und wir das total schwarz und längst machen Ja, wegen du es nicht Ja, die müssen wir Ja 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 Nein, wenn wir es nicht davor Zubst immer hin und her Alta Ich muss hier weg Oh brutal Ich schiesse von alle Seiten auf dich Achso, ich muss jetzt auch da einsteigen in das Hotel, oder? Echt, oder? Ich muss ja nicht vielleicht alle hinmachen mit dem Tal Mann, dass das unser Ziel ist Da haben wir jetzt mal ein paar hingemacht Nein, wir haben da hinten ein Femblatt-Ziel Mein Gerät ist bei mir im Arsch Wir müssen da rein Da kann man schauen, oder? Ich bin sicher Wahrscheinlich brauchen wir jetzt halt die Geräte Das könnte übel werden Das könnte übel werden Du A? Na? Okay Ich verlebt jetzt, da wieder Ah, Events da ja Das ist wohl ein Event Das ist ja Das ist ja Brutal Ja Ja Ich weiß es nicht Da, da wohl Ja, ja, komm Scheiß auf das Fade Ja, ja Ja, genau Scheiß auf das Fade Oh, oh Oh, oh Ich glaube, die haben uns rein gebeten Mhm, klar wird es auch Fühlt sich nach Fall an Da war's Ich weiß Geh her! Geh her! Geh her! Du siehst du, du schnaufst du das? Siehst du die Das ist schon dasヒtcho! Ich hab' den Angriff nicht gesehen. Bitte. Ich bin selbst erwähnt von dich, oder? Ja, kann man doch. Ich hole euch da. er hat in der Führung dabei aber um sie eigentlich muss ich sagen relativ gut in griffel und ich bin mir nicht um die Tür er ist das ist ein Krimmer er warst er so begeistert er hat nur noch Bier das ist das Wort sagt man trinken und woche jetzt auch weil ich so ein Stress kaputt gar nix ich zieh jetzt auch ziemlich rot um Alter, ich bin mir einschenken Was gut, lenkt den ab, lenkt den ab, wir haben ihn gleich, wir haben ihn. Jawohl. Ja, stark. Das Grüne geht drauf. Echt, volle Geil. Ich darf jetzt verleihen, mit der Maschine in Gewahrtuch. Mann, das war mir zu geil, gell? Voll... dahingegangen, ne? Ich bin mir einfach draufgehalten. So geile... Hammer! Naja... Naja... Bitte verleihbar, lass uns ja auch nicht schauen, ob irgend sowas liegt. Natürlich nicht. Passt nicht. Passt nicht. Ja, passt schon. Ich war's jetzt ja selber nicht. Ja, brav, aber ich war's jetzt ja selber nicht. Wir müssen über diese Brücke... Wie hoch da verweist da. Hm, ja, mach mal, oder? Was passiert ist da? Was wir müssen, wohin? Über die Brücke. Da rein müssen. Boah! Da ist die Säule! Da vorne! Jaaaaaah! Boah! Was ist denn das? Hier ist auch schon mal ein Fugbein Jawohl, ja Gefallen Gefallen Mach es ja, mach es ja, mach es ja Sehr gut 55 Hieh Woher schießt du, blööööööö? Irgendwann da oben Du musst... My,ク. Wahnsinn. Voll geil. Ich reiche dir mal von Atmen. Aber da oben ist alles total. Ja, ich glaube ja der Endgegner. Ich hab beide gleich Schaufschnitten aus. Ja! Nicht mit uns. Nicht mit uns. Er hat mich zwar zweimal gehabt, der Wichser. Auf der rechts ist was. Jawohl, passt. Der war geil. Alter, du darfst uns zielen wirklich mit dem Joystick. So schnell wie da. Links rum. Da ist noch eine. Achtung. Komm. Zu dir und ist schon weg. Oh, die Muni hol ich mir noch. Zack, zack. Fuck you, ey. Ist das wieder wahnsinnig. Oh, wieder zum Funken. Und zehn Partei. Ja. Ja. Hallo, wir müssen da rein. Ist noch was drücken da. Da ist noch was drücken. Da muss man nicht. Was ist das? Das ist ein Geist. Ich weiß nicht, was das ist. Geist gehört nicht, ja. Ah. Da Auerhupfen. Du übernimmst die Kabale. Und ich das Auge. Wo? Siehst du herum? Auerhupfen. Für Auerhupfen, ja. Ich bin gleich da. Und ich bin nicht da rein. Ach, jetzt bin ich da rein. Mach mich nicht da rein. Ach, jetzt bin ich da rein. Ach, jetzt bin ich da rein. Ich glaube, die Bestposition ist da hinten. Da ist der irgendwo oben Das kann man jetzt alles zu dir, gell? Ja, hauptsächlich wird's ein Kugel wieder da oben Ganz gut Was ist der jetzt weg? So Jungs, jetzt fangen wir als geile Geschütze an Ja, der war geil Da! Eine Verbindung zur Säule! Bring mich hin! Jawohl Ähm Ich hab's schon Du brauchst dich nicht drum kümmern Ja, da drüben Ich hab's schon Du brauchst dich nicht drum kümmern, ja Ja, gut Jetzt kommen ein paar, aber den sieht man ja weg Keine Ahnung, was jetzt passiert Ich auch nicht Ich auch nicht Ich hab's schon Ich hab's schon Du brauchst mit einem Ich gehe mal auf Schaden schützen. Ich gehe auf Maschinen. Oh, oh, das kommt schon an. Wir sind voll der Fallspann. Ja, voll der. Aber ich fange mich an. 100%! 100%! 100%! Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. 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 Ich habe nichts mehr. Ich hab's mit der Backstar, ich hab's mit dir. Ah, nah, ich hab's mit dir. Ich hab's mit dir. Ich hab's mit dir. Ah, 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 das ist die Butter. Butter. Ist die Butter? Da. Marketenwerfer 155 geschafft. Das Auge ist geladen. Los. In den Schwarzen Garten. Nehnten wir das. Das war der Schaukel. Da war mal Lule. Weitere kommen wieder upleveln. Ohne Ende. Für. Das Kaungewehr. Ich weiß nicht, was ist da? Ich habe den Angriff auf dem Tempo, sehr gut.